Du willst dein Auto stehen lassen und kurze Arbeitswege haben? Du willst digital lernen und Stifte und Papier zu Hause lassen? Du willst dein Wissen in die Tat umsetzen? Du möchtest dich fürs Allgemeinwohl engagieren? Dann komm zu uns und starte deine Pflegeausbildung an der Schule für Gesundheitsberufe in Erdbeeren!